Einheit bereit Pro Kampffestung mehr als genug Einheit bereit Ja, verschießen wir Ah ja, stimmt Ein großer Vorteil von den Robopanzern Ihr seht, die können schweben Das heißt Wasser ist kein Problem Das sind Amphibienfahrzeuge Das ist an sich Amphibien, äh, hier, wisst schon Schwebe, schwebe und so Einheit bereit Das heißt, wir könnten uns hier Hm, ja, wir könnten eigentlich Wirklich super mit den Robopanzern hier rein Wir haben bloß die Gatling-Türme im Weg Das hier sind Psychotürme, oder heißen die so? Ja, Psychoturm Diese Türme können bis zu drei Einheiten Gedanken manipulieren Das heißt, wenn wir jetzt mit drei Panzern angefangen kommen Kann der Turm die alle übernehmen Also ziemlich kacka Funktioniert das eigentlich auch bei Tanja? Ich meine, Tanja hat sich ja ihren tollen Taucheranzug Angezogen und hat ja sowieso gesagt Ich geh da rüber Alles klar War die? Ich glaub, sie war sowieso immun gegen Gedankenkontroller Und wenn ich mir angucke, wie wir hier rein können Das ist eigentlich super für Tanja offen Ah, den Stützpunkt müssen wir auch zerstören Alles klar Dennoch können wir mal mit unseren Robopanzern hier Die Gatling-Türme kaputt machen Da haben wir's Ich wollte schon grad sagen Irgendwo wird doch gesagt Dass Tanja eine spezielle Ausbildung hat Gedankenkontrolle zu widerstehen Warum auch immer nur Tanja die Ausbildung bekommen hat Wie schon mal erwähnt Aber gut Ja, Tanja macht das kein Problem Und sie hat ja schon grad gesagt Die Psychotürme Können Feinde Zu Joris willenlosen Sexsklaven machen Oder so Hier was erkennen Wie ich's auch tun würde Bitte was Wie will sich alle hier immer durchschleichen Ich bin drin Hallo Im Übrigen im Intro haben wir auch gesehen Dass an verschiedenen Orten Psychodominatoren aktiviert wurden Eins war in so einer Winterlandschaft Also wahrscheinlich irgendwo in Russland oder Alaska oder sonst irgendwo Und auch einer der Psychodominatoren war eben in Ägypten Das haben wir auch gesehen In den Pyramiden War das nicht schön Tanja viel Spaß Alles klar Noch mehr Spaß wünsche ich Oh nein Oh, ich glaub da ist der Saft weggegangen Oh, Energie und so Will mich denn keiner retten, komm Nein Ach so, du drückst wieder auf ein paar Knöpfe für mich Und zeigst mir Sachen Aber da ich jetzt meinen Satelliten-Aplink hab Ist ja alles wieder okay Wie ich mir echt so vorstelle Wie es wie Einstein da an der Pyramide drin ist Ich hab einfach keine Freunde Niemand will mich retten Sie, damals in der Schule Haben sie mich auch mal mit dem Kopf Das ist doch oder gespielt Wie mit allen Strebern Tanja war bestimmt eine der Ausführenden Garantiert Wird ja auch langsam Zeit Gut gemacht, Sir Sie haben Einstein gerettet Ein Transporter ist unterwegs Um ihn in Sicherheit zu bringen Hab ich jetzt ein Psycho Ernsthaft Hab ich denn jetzt echt bekommen? Commander Sie werden sicher erfreut sein zu hören Dass meine Arbeit für diesen Verrückten Nicht so ganz ohne gravierende Folgen gewesen ist Ich habe ihn sabotiert Diesem Psycho-Dominator Ja, Sie können ihn jetzt gegen Juris Truppen einsetzen Und noch was Es kommt wahrscheinlich zu einer Explosion Wenn Sie das Ding zum ersten Mal verwenden Naja, für Spionage reicht leider mein Erfindungsgeist nicht Kommander Der Stützpunkt, der den Psycho-Dominator beschützt Ist offenbar nur eine Nebenanlage Juri hat einen weiteren riesigen Stützpunkt im Osten Sie müssen ihn ebenfalls ausschalten Sobald der Psycho-Dominator aktiviert ist Haben Sie die Kontrolle über die angepeilte Gruppe von Juris Leuten Ich blende die Zeit ein Die bis zur Selbstzerstörung des Geräts noch bleibt Es dauert nicht lange Also machen Sie Schnellkommando Okay Wie ich sehe Ist der kleine Wissenschaftler entkommen Einheit befördert Ja, richtig gesehen, Juri Und ähm, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit Dann zerstört sich das Ding von selbst Deswegen setzen wir ihn einmal ein Gucken wir uns mal, wie der Psycho-Dominator ausschaut Nehmen wir mal diese Gruppe an Einheiten dafür Werde Deins mit Juri Werde Deins mit Juri Und wir können die Einheiten kontrollieren Es zerstört im Umkreis ziemlich viele Gegner Also Einheiten und Gebäude Das ist ein super Waffeneffekt Und zusätzlich Werden eben tatsächlich noch Einheiten kontrolliert Ich glaube, schon mal kontrollierte Einheiten Können auch nicht neu kontrolliert werden Das heißt, wir sind jetzt mit den Einheiten Auch im mobilen Gedanken-Controller Was eine schöne Sache ist Oh, jetzt haben wir auch mal die Sprüche Wenn du willst, Einheiten Alteisen? Lassen wir uns mal bei den Dreien Und ein Rohpanzer mal bitte Effektiv? Nicht wahr? Ach, ich mag die Gatling-Panzer von ihren Sprüchen Na komm, sag mal was Oh, dreifache Läufe gekühlt und feuerbereit Schneller, immer schneller Kann ich mich nicht erinnern, dass ich so eine hohe Reichweite hatte Kleiner Kugelhabe am Morgen Zeig der nicht irgendwie so Ich bin für diesen Job geboren Ich mag einfach die Sprüche von den meisten Jury-Einheiten Einheit bereit Einheit befördert Der lässt sich aber auch wirklich gerade voll niedermähen Einheit bereit Ja, lassen wir den noch ein bisschen drücken Wo war das nochmal bei Einheiten Und zerstörbar wie ein Fels, Sir Machen wir uns auf den Weg War es nicht so Irgendjemand hat auch mal geschrieben Dass wir momentan von der Sphäre Einheiten transportiert Die Also Transporter transportiert Wie jetzt EBFs Oder die Flaggplaster Oder eben die Kampffestungen Dass die Einheiten drinnen getötet werden War da was? Ich würde es gerne vorher mal ausprobieren An einer einzigen Einheit Wir machen jetzt noch nichts besonderes Mit der Chronosphäre Ich möchte es erstmal nur austesten Ich geht mal ein bisschen weg Für die Wissenschaft Funktioniert Sehr schön Was? Nein Warum hat es einen meiner Panzer zerstört? Jetzt gibt es Hiebe Jetzt gibt es Hiebe Immer noch eine Wetterkontrollstation Hier die ganze Zeit die Infanterie weggemäht wird Finde ich toll Irgendwann müssen doch mal die Ressourcen ausgehen Tatsache Dann machen wir noch ein paar Prisma-Panzer für die Chronosphäre Die Kampffestungen Die können trotzdem bei so einem Schaden Einheit verloren Drei Stück dürften reichen eigentlich Problem ist Unsere Kampffestungen können übernommen werden Läufe gekühlt und feiert Ich glaube wir können jetzt mal langsam in Richtung Oh derzeit übertreibt das wirklich mit seinem Span Horizont wird gescannt Einheit bereits Jetzt haben wir es aber bald mal, oder? Dafür können wir noch unsere Robopanzer gebrauchen Komm raus, gleich mal Kugelagel ins Gesicht Psychotürmer können die Gedanken kontrollieren Ja, das denkst du mir schon Ah, da sind sie Oh, das ist langsam ein bisschen eklig So, Mittel von Distanz mehr schießen Ja, ich kann immer nochmal angeschossen werden Ich finde, ich spreche einfach super von den Gatling-Wanzern Meine Güte, wie viel Widerstand da immer raus Wieder wirklich spammed Einmal nur Spam, 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 Spam Ah, ein Dreifacher So, Ruhe ist Ähm, ja Psychoturm irgendwie erwischen Abseits der Gatling-Panzer Äh, Gatling-Wanzer Gatling-Türme Ich habe schon mal erwähnt, dass der irgendwie verdammt viele Ressourcen hat Chronosphäre bereit Hm Chronosphärchen Mal gucken, ob er noch was sagt, wenn ich dann eine Wetterkontrollstation baue Das würde mich auch noch interessieren Wir können mit der Chronosphäre ja zumindest die Prisma-Panzer hier rüber zu den Ich glaube, ganz normal waren es Fahrzeuge und so ausgebaut waren es Gebäude Wir können für den Fall der Fälle Auch noch ein paar Panzerzerstörungen Komm, nehmen wir zwei Stücken mit, das passt Hm Gut Und die alte Dinger haben MG Deswegen taue ich mich nicht so nah ran Produktion angeschlossen Unzureichende Credits Reparatur läuft Gestoppt Abgebrochen Juri's Jagdaböcher Das wird eigentlich auch alles besser Sobald jetzt der Saft weg ist Einheit repariert Produktion abgeschlossen So Oh, Juri sagt nichts dazu, das ist ein bisschen gewittert Wäre nochmal gesagt, so ziemlich merkwürdig So, mit der Kontrollstation Politionskurse liegen bereit Ich bin für diesen Job gebucht Ich bin für diesen Job gebucht Bleiben Sie ruhig Ja, stimmt Mit den Bioreaktoren ist es übrigens so Da kann man Einheiten reintun Man kann tatsächlich Einheiten da rein Man kann Einheiten dort wirklich in Biomasse auflösen quasi Mit Juri Dass Kraftwerk effektiver wird Ja, es ist weird Aber so ist halt Juri Juri hat halt so hier einfach den Charakter Dass ihm ein einzelnes Leben seiner Diener und seiner Lakaien nicht sehr viel wert ist Wenn es seinem höheren Zweck dient Schleifer bereit Zeit für schöne Bleiverziehung Schei für schöne Bleiverziehung Juri ist Tanzabrecher Ja, meinst du Juri Alter, es ist aber langsam mal genug mit der Energie Wir gehen da die Tachflöcher Die Luft möchte mal gestoppt vor Juri Schneller, immer schneller Geschütz bereit für Automatikfeuer Dass das Karussell laufen Zeit für schöne Bleiverziehung Das ist halt, also Juris Gedankenkontrolle hat einige essenzielle Nachteile Wie zum Beispiel diese Robopanzer Oder aber die Tatsache Dass bereits gedankenkontrollierte Einheiten Nicht gedankenkontrolliert werden können Jetzt ist dann aber langsam mal die Energie weg, ne? Jetzt reicht's wirklich mal Nein, 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 nicht die Panzer Jetzt gibt es sieben Ah, endlich der Saft weg Können auch die Götling-Türme nicht schießen Also Juri hat tatsächlich keine Verteidigung Bis auf die Panzerbunker eben Aber die brauchen ja ebenfalls ein Panzer, das drin ist Also sie haben nicht so eine Standardverteidigung Wie hier die normalen MG-Stellungen Von den Alliierten Oder diese MG-Türme von den Russen Sie haben Schon die Standard-Götling-Türme brauchen Saft Ohne wird nix Aber gut, dafür kann Juri eben Panzerbunker bauen Das, ja, da kann man da einfach Panzer rein Aber ich finde die Panzerbunker Für Juris Einheiten Ich meine, klar, man kann ein Götling-Panzer rein tun Aber da kann man genauso gut auf Götling-Türme bauen Außer mal dann einfach gefördert Für Juris Einheiten lohnt es sich nicht wirklich Die Panzerbunker zu bauen Aber für so Einheiten wie Kampffestungen Die gut besetzt sind Das ist natürlich was anderes Das wäre bereit Freiheit ist etwas Wunderbares Klar Klar Haben wir es jetzt geschafft Äh, der Stichpunkt ist ziemlich vernichtet, würde ich sagen Wir müssen unsere Kampffestungen gar nichts machen können Komm, dann kämpft wenigstens gegen die Götling-Türme Freiheit ist etwas Wunderbares Wir müssen wahrscheinlich wirklich alle Einheiten Äh, alle Gebäude zerstören, die es gibt Oh, da war die Sphinx irgendwo, da Sphinx Oh Keine Spur Hm Die Sklaven sind übrigens gar nicht mal so schwach mit ihrer Schaufel Einheit bereit Hm, hm Okay Auch das Schlaffeld Oh Gott Ja, okay Die Panzerbunker machen nicht so viel Schaden gegenüber heute Aber ja Was auch effektiv ist Sind sehr viele Kronotrupe reinzupacken Und Sniper jetzt für die Gedankenkontrolltypen Und dann tatsächlich sehr viele Kronotrupe Um dann die Einheiten wegzupjuren Weil es hier stückt, das ist nicht wenig Da kriegt man die Einheiten auch schnell kaputt Und Gebäude Alles klar So gut wie erledigt Ehe in Stellung Ich bin weg Gut rauswählen Blindenrotoren Der Schraubplatz ist eröffnet Ja, Kommander Mal aufs Gleichziel, bitte Nichts, was mich aufhalten könnte Einheit befördert Was glaubt ihr, wie so ein dreifach beförderte Sklave abgeht Ey, der rattert sich ziemlich mit seiner Schaufel durch Nichts, was mich aufhalten könnte Einheit befördert Na, jetzt haben wir einen dreifachen sogar Wurde zum Schlagen halt wahrscheinlich, ne? Gebittersturm bereit Hauptstützpunkt im Osten Wo ist die Schlagen? Gehen wir mal mit den Geschützen auf Spritztour Ähm, ja Der Hauptstützpunkt ist eigentlich soweit zerstört Sagt mir bitte nicht, dass es bugt Oder müssen tatsächlich Alle Juri Einheiten Also Vielleicht auch wirklich die, die wir übernehmen Übernommen haben Machen wir es immer kaputt, komm Ziel wählen Achtung Also an den Mauern kann es wohl weniger liegen Einheit verloren Ne, das ist es auch nicht Irgendwie fehlt hier ein Trigger Die paar Mauern können es nicht sein Für normal Hm Irgendwo etwas, was ich übersehen habe Da sind ein paar Sporter Könnten dies sein Dass die tatsächlich als hier ihre letzten Reste Jetzt von Juris Armee zählen Letzte Hoffnung Weil ansonsten ist hier wirklich nichts mehr Die Mauern zählen garantiert nicht Die Mauern sind glaube ich mehr oder minder neutrale Gebäude Beziehungsweise Ja, Tatsache Das waren die beiden Transporter Okay, wir sind jetzt Lieutenant Colonel Als General Hatten wir schon mal Sie haben Einstein gerettet Aber Juri konnte noch wichtige Mitarbeiter abziehen Die Haut Bevor der Stützpunkt vernichtet wurde Alles klar Ja, dann war das Mission Nummero 4